Kannst du deine Settings zeigen? Kannst du mal deine ganzen Settings zeigen? Hashtag CasonArmy Kannst du deine Settings zeigen? Zeig mal deine Grafik-Settings Was sind deine Grafik-Settings? Okay Fortnite? Ist das Fortnite? Ist ja mal ein Legendär Achso! Meine Community Ich meine, aber Trymix Community will meine Settings wissen Na dann fangen wir mal gleich an Ja, nachdem ja so viele das wollten, mache ich das jetzt mal gerne Ich habe aber übrigens, Abbot so, aber das habe ich schon mal angesprochen Also nicht angesprochen, aber in den Kommentaren geschrieben Deswegen muss ich das jetzt schnell machen, weil meine Eltern nicht da sind etc. Und ihr wollt die Settings und so Und ja, was weiteres noch Ähm, ich starte ein FAQ Also ihr stellt mir Fragen, ich beantworte sie Nächstes Video Glaub ich Oder übernächstes Video, weiß ich noch nicht ganz Ähm, ja, also unter dem Video jetzt einfach Kommentare, äh, äh, Fragen stellen Die ihr wissen wollt Und manche suche ich mir von außen und beantworte sie Übrigens, ähm, Top-Kommentar ist Dr. Pommes Ja jetzt, das sieht jetzt nochmal eingeblendet Ähm, ja So, fangen wir mal gleich an mit den, äh, Settings Also Fenstermodus habe ich, äh, Fenstermodus habe ich Vollbild, äh, Bildschirmaufellösung Full HD Also 1029x1080 Ich hab mal 1600x900 gespielt Weil ich mehr FPS dadurch hatte Aber jetzt halt durch YouTube und so Will ich halt eine bessere Quali für euch Und ja, äh, äh Grenzwert der Bild, äh, Frequenz, ja Das sind sozusagen die Herz, die ich hier spiele Ähm, das sind 144 Bilder pro Sekunde Weil mein Monitor auch 144 Herz hat Also 144 Bilder pro Sekunde wiedergeben kann Ähm, ich kann es natürlich auch unbegrenzt machen, aber Keine Ahnung, ist jeden Überlassen Keine Ahnung Ja, meine 3D-Auflösung ist natürlich halt auf 100% Äh, das habe ich hier alles auf Null Weil ich dadurch mehr FPS habe Ich meine, natürlich kann man Texte und Mittel machen Effekte und Mittel Post-Processing oder so, keine Ahnung Könnt ihr auf niedrig lassen, so Aber der Rest ist eigentlich komplett echt euch überlassen Also so Betrachtungs-Distanz Ähm, könnt ihr eigentlich auch auf weit machen oder so Bloß, ich habe halt nicht den besten PC Und deswegen, ja Habe ich das alles auf niedrig V-Sync habe ich natürlich auf aus Ist jetzt nicht so, wir versprechen so Keine Ahnung Also deswegen, ja Bewegungsstärke Manche mögen es, manche nicht Habe ich auf einen, ich mag es Manche können das absolut nicht ab Aber, ja, ich feiere das Und es sieht auch einfach smooth aus und so Und es ist einfach geiler Ja und meine Bildfrequenz lasse ich mir anzeigen Damit ich immer unter der Kontrolle haben kann Wie viel FPS ich habe Ähm, klar, das kann man auch ausmachen Ich meine es hier in sich überlassen So Ob man seine FPS sehen will im Game oder nicht So, äh Zu meiner Empfindlichkeit Ich spiele in Fortnite eine 0,07er Äh, und zu DPI Ich habe eine 900er DPI Äh, ich spiele übrigens auch die Racer Deathadder Ähm, momentan Und, ja Das andere ist, glaube ich Wie versprechen so, Turbo-Bau und so Benutze ich nicht Weil, keine Ahnung Finde ich scheiße so Kann man natürlich machen so Aber, muss man nicht Ähm, ja Es ist eigentlich Standard so Manche haben, keine Ahnung Turbo-Bau an Und Ziel Äh, äh Hier Vibrationen und so Aber, keine Ahnung Finde ich nicht so geil Helligkeit habe ich auf 0,75 Ton Ist, glaube ich Äh, Standard Also, das So, das Also, nicht die Settings sollten jeder haben Es kommt halt auch Kauf für Hellzeit-RPP an und so Ähm Aber, ja Das sind so meine Settings für das Headset hier Also, wie ihr seht es ja schon Hier, ich habe ein Logitech G430 Gaming Headset Ich glaube, bei Barrierefreiheit habe ich gar nichts Weil, ich bin ja Also, ich habe zum Beispiel keine Rot-Grün-Schwäche oder sowas Ähm Steuerung, ja Das ist eigentlich Ganz wichtig Also, halt bewegen GZ-RPP Habe ich alles auf R.S.E Naja Springen natürlich auf Leertaste Feuer, linke Maustaste Ziel Also, Ziel und rechte Maustaste Nachladen habe ich auf R Äh Benutzen Habe ich auf F Also, zum Beispiel Türen öffnen Oder Kisten öffnen GZ-RPP Ähm Gebäude arbeiten Ja, das haben viele auf dem Äh Auf dem Maus-Keybind Äh Maus-Bind Ähm Das habe ich auf X Gebäude reparieren, aufrüsten Habe ich freigelassen Weil ich das nicht benutze Ich brauche das nicht Das benutze ich auch nicht Ähm Gebäude drehen habe ich auf R Zum Beispiel wenn ich ganz weit oben bin Und Ganz schnell runter will Dann drücke ich halt zweimal R Dann ist das von oben nach unten Das habe ich halt direkt auf R gelegt Da komme ich auch schnell hin Ähm Sprinten ist natürlich Shift Auf meiner Also, linke Umschalttaste Auf mein Äh Auf meinem Keyboard Waffenslot Waffenslot 1 Das ist halt die Spitzhacke Kennt ja jeder Ähm Das habe ich auf der 5 Waffenslot Äh 2-4 2-1 1-1 2-2 1-4 Wow Das sind halt Sturmgewehr Shotgun Sniper Zerter Ptp Da kann ich am besten mit meinen Fingern hin Und so Das bin ich auch gewohnt Weil das viele nicht wissen, ich habe richtig viel Call of Duty gespielt, seit ich elf bin Ja, aber dazu könnte ich mir auch noch Fragen stellen, kein Problem Ähm, Bauslot, meine Bauslots Ähm, ich habe die Wand, also die Maus sozusagen und die Wand auf Q Da komme ich eigentlich relativ schnell hin und so Und ja, die Maus-Daubentaste, das ist die glatte Fläche sozusagen Die habe ich, ja, meine Maus-Daubentaste, das ist die hier Ich habe hier noch eine, die benutze ich nicht Ähm, die Treppe habe ich auf E Äh, Bauslot 4 benutze ich nicht, weil, ja, das benutze ich halt einfach nicht Manche benutzen das, ich benutze es nicht Ähm, ja, Slot hoch, so runter ist natürlich runter Äh, ist natürlich klar, Maus-Rad benutzen Äh, aber ich benutze ich immer Maus-Bet, manchmal Hot-Key halt generell auch Keine Ahnung, das bin ich schon da gewöhnt, so Aber manchmal scorele ich noch mit dem Maus-Rad Ähm, Karte an und aus habe ich G Ähm, Inventar an und aus habe ich Tab Ähm, ja, Crouchen habe ich auf C Und das andere ist natürlich der Maus-Automatisch-Rennen Klar, das ist geil, aber habe ich noch nicht eingestellt Ähm, ja, das war es auf jeden Fall schon von dem Settings-Video Wie gesagt, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht so viel, äh, ähm, reden, weil ich halt Verbot habe, so Und, keine Ahnung, es tut mir auch echt leid Aber ich versuche natürlich viel noch mit euch zu machen Und ein 100, also ein 10k-Special kommt auf jeden Fall noch Ich habe gerade 9800, glaube ich, 9800 und 9900 Und, ähm, ja, das wird auf jeden Fall kommen Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch Popcorn und Cola geholt und die Show genossen hier gerade Weil es war keine Show, tut mir echt auch mal leid Ähm, aber ja Wir sehen uns zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal U Outro